Egal, ich kann das nicht mehr. Ich hab verkackt, weil ich zu viel wollte, man! Oh mein Gott, ich würde mich jetzt so hart... MAAAN! Einfach rechts, ja, wusste ich... Was? Nein, stopp! Nein! Nein! Rocket Rumble! Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Team Lukas Kanal, Freunde. Und ihr seht schon, es ist mal wieder soweit eine Special Vierer Aufnahme. Wir sind heute am Start mit Pat, Kevin und Lumex. Moin, moin! Moin! Was geht ab? Genau, Freunde. Moin, mein Tee! Und wir dachten uns, wir werden heute mal ein Vierer-Kronen-Battle machen. 30 Minuten lang. Also wer schafft es, in 30 Minuten mehr Kronen zu erreichen, Leute? Hallo! Genau, und wir gehen auf jeden Fall alle einzeln in die Games rein. Das bedeutet, auf Spielen mit allen unserem Hauptaccount. Die Frage ist, wer schafft es, wie gesagt, in 30 Minuten am meisten Kronen zu erreichen? Der Gewinner bekommt vom Verlierer diesen Brainy Brian Skin, also diesen legendären Skin, geschenkt. Das bedeutet, es geht ja auch hier auf jeden Fall um einiges, Leute. Der kostet 1500 Juwelen. Ja, dementsprechend strengt euch an, Jungs. Und wenn ihr ready seid, dann sagt Bescheid. Oh mein Gott, Lukas! Lukas! Was? Nix. Okay, perfekt. Also habt ihr alle euren DX Racer auch gut eingestellt von der Sitzhüge und so weiter. Ja, natürlich. Ich bin hier ganz wetter für sich, Jungs. Ohne Geschenk. Ja, okay. Leute, dann lasst... Emotes sind heute erlaubt, ne? Oder... Was meinst du? Emotes. Genau, alle Emotes sind erlaubt, Leute. Und wichtig, also es wäre natürlich schlau, wenn ihr nicht spoilern würdet, wie weit ihr seid, ne? Oder ihr könnt auf jeden Fall alles sagen, was ihr wollt. Und Leute, ganz wichtig, checkt natürlich auch alle ab in der Beschreibung und lasst ein Abo da. Ganz wichtig, wenn wir die 100.000 Abonnenten haben, dann gibt es einen 24-Stunden-Live-Stream auf meinem Stumblegeist-Kanal. Das heißt... Oha! Genau, auf jeden Fall mal voll machen. Und ich würde sagen, Jungs, wenn ihr ready seid, 3, 2, 1 und spielen drücken! Let's go! Ich muss noch mein Special-Emote hier ausrüsten. So, ich schicke mal auf, wo spielen. Let's go! Oh mein Gott, es geht los! Boah, jetzt habe ich einen krassen Vorteil. Glaubt ihr, wir sind in der selben Runde eventuell? Am Anfang schon? Boah, ich... Kann passieren. Das ist sehr nice, sag ich ehrlich. Ach, wir dürfen... Ähm, auch für... Lennox noch mal ganz kurz... Pivot-Push. Wir dürfen auch rausgehen, wenn Stumblezocker kommt, ne? Ja, okay, okay. Genau, ja. Ich bin auch auf Pivot-Push! Ich bin auch auf Pivot-Push! Pivot-Push, ey! Was? Warte, warte, warte. Was? Wir sind alle in der selben Lobby? Nein! Nein! Ich mach euch fertig. Ich mach euch fertig. Warte, was? Echt jetzt? Leute, seid ihr auch Pivot-Push? Ja, aber ich bin ganz vorne. Ja, aber ich glaube... Ich habe ja Name-Tags gerade an. Ich glaube, ich bin der Einzige, der nicht bei euch in der Runde ist. Weil bei mir... Ey, Lukas, wo bist du denn? Ich bin ein bisschen hinten. Hast du Name-Tags an? Ja. Ich habe Name-Tags an, ja. Ich habe roten Namen. Ihr müsstet mich ja eigentlich dann sehen. Nee, dann bist du nicht bei uns. Mann, ey, ich war schon richtig heiß darauf. So. Andere Frage. Habt ihr alle diesen Kiki-Mode überhaupt? Ja, ja. Was mit Kevin? Hat Kevin den auch? Weil Kevin ist ja ein bisschen los manchmal hier in Stumble, gell? Nee, ich hab den nicht. Was? Echt nicht? Du hast nicht die Kiki-Mode? Nein. Echt nicht? Lol. Hey, den kannst du doch abholen. Den kann man abholen? Da ist ein Battle-Pass gerade. Ja, aber ich habe den nicht durchgepayt. Na, hör mal. Na, hör mal. Ja, hör mal. Na, hör mal. Genau. Also, ich würde sagen, aber trotzdem alle Emotes dann auch. Weil ich meine, wir haben jetzt alle drei den. So, das ist dann... Ja. Das würde ich schon sagen. Ist das einfacher für Kevin einfach? Also, ich hab tatsächlich den ersten Wunsch schon. Jungs, wie sieht es für euch aus? Was? Ich hab auch schon fast den ersten Win. Achso, ja, ich auch natürlich. Ja, ja. Also, bei mir... Nein, ich will raus in der ersten Runde. Ich glaube, ich bin da richtigen Bot-Lobby sogar, ehrlich gesagt. Nein, ich bin voll in der Schwitzer-Lobby, Mann. Und ich bin rausgeflogen. Ja, ich glaube, ich hol mir gerade den Sieg, Jungs. Ich bin gerade noch hier mit dem letzten Gegner hier auf Honeydrop. Ich bin mal gespannt. Ja, das kann gar nicht sein. Der Zeichnis macht so ein bisschen. Ich dachte, so ein bisschen ist das. Honeydrop, Mann. Wie der einfach Schwester, ne? Honeydrop ist so der längste Bonus einfach. Hä? Ehrlich, Alter. Stimmt wirklich. Ich bin wirklich auf Honeydrop. Ja, ich... Ey, wirklich. Ja, das kann eh nur einer sein. Stimmt wirklich. Aber ich hab hier wirklich voll diesmal. Der hat alle Kikimos schon wieder hier am Start. Boah, ich glaube, ich hasse tatsächlich... Äh, im ersten Game hier nicht weiter. Ich bin auch rausgeflogen. Let's go! Ich hab den ersten Sieg, Leute! Boom! Okay, let's go! Okay, wir machen weiter. Oh, egal. Mich ruft gerade irgendwie der Paul-Lala-Garten an. Irgendwie, ich weiß nicht. Im Ruh-Max-Wil. Also, Jungs, ich glaube, wenn man jetzt den ersten Win hat, ist man auf jeden Fall noch gut mit dabei. Aber ich glaube, wenn man keinen Win hat, ist es schwierig dann. Also, wer jetzt noch keinen Sieg hat, das wäre... Dann kann es auch eigentlich schon die Runde für... ...zulassen. Kevin, wie sieht's bei dir aus eigentlich? Bist du ruhig heute? Alter. Ey, no cap, ich hab hier die größten Schwitzer in meiner Lobby. Ey! Ich wurde in Floorflip weggeboxt. Mann! Ey, scheiße, Mann. Ich kriege jetzt wirklich das Wetter, digga, schon wieder hier. Ich bin gerade in der nächsten Runde schon wieder drin. Das ist schon wieder so... Ich hab wirklich eine kranke Schwitzer-Lobby erwischt gerade. Ich hab, ich, äh, löscht, ich, äh, löscht das Spiel. Ich hab da das Spiel immer gesagt. Digga, was hab ich hier für eine Lobby? So. Das ist doch geisteskrank. Boah, ey! Oh mein Gott. Ey, kaum haben die ganzen Leute Ferien noch einmal, äh, bekommt man solche Leute. Ja, 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 das ist geisteskrank, ne? Ja, wirklich. Mann, ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Digga, ich bin gerade als 16th bei Floorflip. Wie viel Zeit haben wir noch? Wie viel Zeit haben wir noch? Ey, noch 26 Minuten. Oh mein Gott. Boah, nein, Mann. Digga, Kevin, bist du überhaupt da? Hä? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Let's go, let's go, let's go. Was? 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 Okay, ich hab einen Cheater. Ich hab 100% einen Cheater. Ich war... Oh, no joke. Ich war so weit... Mann, hab ich! Bei mir stand einfach jemand im Ziel und der ist einfach dann so richtig komisch. Der hat gehackt. 100% an der Gehackt. Oh, lol, als ob. Digga. Digga, ich muss gerade... Ich muss gerade ehrlich lange warten, bis dieses Game ausgewählt wird. Und Digga, Kevin, hallo? Oh, lol. Ist Kevin da? Hallo, Kevin? Mhm. Lol, Kevin. Hä? Ich sag euch Kevin. Kevin, redest du? Was? Hä? Was? Digga, weißt du überhaupt, was wir machen? Kevin ist gerade von Brain of K. Hä? Hallo? Ja, dich, ne? Ich glaube, Kevin hat schon so zwei Mal. Das ist wie das Dumblegeist, ne? Mann, Junge, ich hab ohne Scheiß... Ich hab die letzte Runde nicht gewonnen, ne? Loll? Hä, was? Was, wie frühstücken? Hallo? Wir machen gerade, ey, Brotbattle, Kevin, ne? Weil, wollt ihr ja gesagt haben. Er ist mal nebenbei, doch. Die ganze Zeit. Nebenbei, ey. Nebenbei. Digga, mach auf easy, Alter. Auf easy. Digga, warum bekomme ich so verschwitzte Lobbys, ne? Es geht mir so auf den Sack, Alter. Ich hab mich auch gerade geisteskrankt. Sei mal mir ehrlich. Oh, Digga, alles Leiden hier an der Seite bei Jungle Roy gerade komplett verschwitzt. Ey, wüsst ihr noch die Zeit, als ist noch nicht jeder diese scheiß Grätsche. Oh, diese Grätsche, ja, Digga. Ey, ihr müsst euch halt vorstellen, ich war gerade auf Lava Rush, ne? Ich bin richtig weit vorne. Ich bin gerade dabei ins Ziel reinzulaufen. Auf einmal aus dem Nix kommt jemand von hinten ins Ziel reingelaufen. So richtig random. Ich weiß nicht, wie der mich überholt hat. Also, der muss eigentlich gecheatet haben. Weil anders geht das nicht irgendwie. Das war richtig komisch, wirklich. Ja, ey, Digga, sorry. Das war wirklich eine Ausnahme. Ich wollte kurz meinen neuen Cheat ausprobieren. Ah, okay, ja, 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 ja. Mann, Junge! Ich bin so aggressiv, oder wirklich, ich bin gerade so aggressiv, Alter. Ich sag euch ehrlich, wenn Kevin mit so einem Wurstbrot in der Hand so die ganze Zeit hier wins holt mit einer Hand, das wäre ja schon krass. Der würde uns einfach anders hops nehmen. Junge, es ist einfach so anstrengend geworden. Also, ich habe jetzt zwar Sunday Guys auch ein bisschen nicht mehr so gezockt, aber das ist wirklich ein Scherz gerade, ne? Das ist wirklich ein Scherz. Uff, Digga, ich bin gerade Bobbash-Pinal. Nein, 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 nein. Kommen wir zum zweiten Rund. Oh, die haben alle diese Grätsche. Das macht mich so aggressiv. Mann! Junge, es ist so anstrengend geworden, ne? Es ist so anstrengend geworden, Mann. Ja, ja, es geht nicht mehr, das Spiel gefühlt. Alle haben Grätsche hier noch. Gerade auf Bomber der Morgen alle mit Grätsche. Ey, kann einfach so eine geile... Ich habe jetzt ein Bobbash-Lobby bekommen. Achso, Kevin, ey, dich gibt es auch noch. Was geht? Lang nichts gehört, Kevin. Du lebst noch? Ich habe mal eine Frage. Ach, was wir machen? Ja, wir machen gerade ein Video, Kevin. Genau. Ja, Kevin? Nein, Bobbash, Alter. Letztes Spielfinale. Jungs, ey, du hast immer die Daumen auf Ehrenbruder-Basis. Ich ziehe die ganze Zeit nur Duplikate, Junge. Äh! Äh, was machst du, Alter? Äh? Was machst du, Kevin? Was machst du, Kevin? Digga, er hat einfach das Spiel verfehlt. Oh mein Gott, was machst du eigentlich, Kevin? Und Englisch schreibt. Das wollen wir doch nicht ernst jetzt. Ich glaube schon. Kevin, Junge, was will ich denn immer in die Lasten? Es geht hier nicht darum, wer die meisten Skims zieht, mein Freund, ne? Bist du dir sicher? Nein, 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 nein. Kevin, also ich sag mal so, ne, die, äh, 10 Euro, den 10-Euro-Skin, der geht wahrscheinlich dann auf deinen Nacken, ne? Ja, ja. Achso, nee, ich hol, ich, ich bin, äh, ich bin sehr aktiv dabei. Achso. Base Race, oh nein. In meinem Glücksdreh-Opening, oder? Digga, der hat mich... Ey, so ein, so ein Hund, ne? So ein Hund, Alter, er hat mich einfach weggegeben. Hol mir den Sieg. Jungs. Den epischen Sieg gemacht, oder? Ja, auch. Ja, nein, 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 keine. Ich bin rausgeflogen, ich hab keinen Bock mehr, Jungs. Ey, ich kriege die größten Fletter. Ich will das nicht mehr. Digga, ich hab ehrlich, richtig verschwitzte Lobbys. Also, ich hab zwar jetzt den zweiten Win geholt, aber das ist nicht so gut in der Zeit, glaube ich. Äh, was, den zweiten? Hä, was da ist denn? Ich hab auch gerade den zweiten Win geholt, aber... Hast du, ich den dritten Korb, by the way, gell? Ah, krass, okay. In Honey Drop bist du noch. Oh, ey, 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 das könnte was werden. Komm schon, let's go, let's go, let's go. Jetzt komm, bitte nicht fein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Hä? Let's go, let's go, let's go, let's go. Oder sowas. Prediction. Let's go, let's go. Komm schon, zieh durch, zieh durch, Junge. Gib alles. So wie du nie zufrieden hast. Ey, Stumble Zocker. Let's go, let's go. Der erste Sieg, bam. Also ich habe gerade das Game neu gestartet, weil ich Stumble Zocker bekommen habe. Oh nein, Underkey, Underkey. Mega ärgerlich. Ey, ich verarsche euch noch nicht. Ich habe wirklich zwei Wins bislang, ne? Was? Really? Zwei Wins? Ja. Okay. Ja. Weiß ich ja nicht, Pat, du. Ich habe damals in einer halben Stunde sechs Wins geholt. Du hast die ganze Zeit irgendwie gesagt, du bist rausgeflogen hier und da und jetzt auf einmal zwei Wins, wie soll das gehen? Ich sage mal so, Pat, damals hattest du ja auch noch als einziger den Kiki-Mode. Nein, 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 ich habe da fair gezogen, als ich die sechs Wins geholt habe. Da in der Aufnahme bei dir habe ich keinen Kiki-Mode benutzt. Ah, krass, okay. Da habe ich sogar die eine Runde verloren, weil ich keinen Kiki-Mode hatte, sonst hätte ich sieben geholt. So, Jungs, ich muss mal ganz kurz zur Übersicht wissen, wie viele Wins habt ihr? Zwei. Ich habe schon drei Skins gezogen, Kevin. Zwei, tatsächlich habe ich auch. Okay, gut, dann fange ich jetzt auch an. Äh, was war das für das? Mann, ich habe verloren. Kass, Pech. Morning. Warst du bei Cannon Climb, äh, Pat eben? Ja, ich wurde von der Kanone getroffen. Ah! Ja! Ich bin der Beste auf Lost-Tempel. Ich bin der Beste. Ich bin der Beste, Junge. Finale, Finale, Finale. Tschüss, komm schon. Geh durch. Okay, okay, jetzt kommt die Kiki-Mode. Was habt ihr? Äh, einen. Keinen. Okay, Lenny, glaube ich, Lenny, glaube ich das. Wo wäre das jetzt gerade, literally, äh, die, äh, die finale Runde, würde ich jetzt in den nächsten Sieg kund, tatsächlich. Oh, Digga, Finale, Jungle Roll, warum? Ey, ich bin der Beste auf Lost-Tempel, aber es war nur Halbfinale, ey. Warum Spawnish, äh, links, Digga? Das ist so unfair auf der Map, ne? Ja, Digga. Auf welcher Map? Jungle Roll. Lost-Tem-, äh, ja, Jungle Roll, meine ich. Also, Stumble Soccer habt ihr bisher immer geskippt? Nein, die spielen wir immer aktiv. Nein, die spielen wir immer bis zum Ende. Und am besten, und am besten verlierst du dann noch, damit der neue Runde reingegangen ist. Ja, genau. Ah, okay, ist das so der, die neue Meta? Ja. Okay. Es gibt so einen Trick auf Stumble Soccer, wo du dir so quasi so eine geheime Extra-Krone quasi holen kannst, so ein extra-toll-Ding. Echt jetzt? Ja, ja. Das ist lieber als Super Mario. Das ist, du kannst, äh, dich, kennst du nicht so von Mario, die ist gerührt, wo du dich so reinpacken kannst. Doch, aus Flappy Bird. Genau, das kannst du da auch machen. Okay. Oh nein, Flappy Bird. Flappy Bird in Stumble, guys. Oh nein. Ja. Oh Mann, Siga, warum? Es ist ärgerlich. Nein. Die Gegner schießen, Tor, Mann. Noch, noch 17 Minuten, 20 übrigens. Danke, Kopfball, Tor. Oh, ich hole jetzt vor. Oh, da ist der nächste Sieg. Let's go. Komm, Junge. Easy. Kennt ihr das Lied noch? Schwarz, Rot, Weiß. Wir stehen... Kennt ihr das Lied nicht? Noll, nein. Was sollst du, Trolls? Hä, das ist Fußball-Lied, das muss man noch kennen. Mega, oh mein Gott. Der letzte Spieler. Oh nein. Ey, kacke. Ey, komm schon. Ey, Mann! Komm schon. Let's jetzt aber, komm schon. Also, wie viele Wins habt ihr jetzt? Äh, fünf. Immer noch zwei bei dir, Kevin. Also, ich bin jetzt gerade in meiner ersten Runde. Oh mein Gott, der ist so verschwitzt. Nein, nein, nein! Was? 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 Ich hab die Sieg noch geholt. Oh mein Gott. Geht eigentlich ab, ey? Oh mein Gott, Mensch. Ich bin rausgeflogen. Ich bin, kurz bevor ich reingeflogen bin, hab ich mich einfach qualifiziert. Du bist kurz bevor du reingeflogen bist, rausgeflogen? Nein, kurz bevor ich reingeflogen bin. Junge, was ist denn, ich war Lenny los? Ich weiß auch nicht. Ey, warum? Digga, Lenny ist so alles am explodieren. Geht bei euch auch genannt immer so lange eigentlich heute? Nein, gar nicht. Laser Tracer, Jungs, Finale. Okay, ich hab Haldsdumble. Ich bin in Wasserrutsche. Nee. Wasserrutsche? Nimmst du die Abkürzung in, Kevin? Hm, ja, manchmal. Rutscht du auch auf dem Wasser oder auch manchmal? Nee, ich bin in der Luft. Ah, okay, was die No-Water-Challenge sind, ist so fast ein, ne? Hm. Ja, das kann man... Ah! Ey! Oh, Honey-Drop dauert ultra lange. Ha. Wie viel hat Patrick eigentlich? Warte, wie viel Siege hast du? Nein, nein, nein! Oh, oh, Jungs! Jungs! Ich bin grad im Finale. Es ist verschwitzt. Mann, Junge! Hau! Digga, der ist so schlimm. Oh mein Gott, trinkt mich jetzt so hart. Alter, ich kann das nicht mehr, Mann! Der Typ! Alter, der sah schon so aus wie der größte Schwitzer, ne? Äh? Oh mein... Ja. Würdest du sagen, du bist manchmal aggressiv beim Spielen? Nein, warum? Okay. Also, ich muss sagen, ich hab gestern mit Patrick abends noch so Brummelwurst gezockt. Da war Patrick auch sehr entspannt teilweise, muss ich sagen. Ich bin entspannt. Ja, ja. Junge, es ist so nervig, Mann! Wenn der Typ mich 50 Mal boxt, ich mich noch so geil safe, Alter. Und dann trotzdem verlieren. Du musst mich hier so konzentrieren, Digga. Es ist wie... Kennst du gestern diesen Move, Patrick? Als du genau auf diese eine Insel da gesprungen bist im Wasser? Ey, wurde er mich... Wurde er das mal. Och, Mann, Jungs! Ich kann das nicht mehr! Digga, kriegst du auch nicht Schmerzensgeld für die Aufnahme? Eigentlich, genau, Lukas. Was kriegen wir von Stundenlohn hier, wenn wir mitmachen? Und das ist ja Anton. Ja. Oh ja, ich hab den Jump geschafft! Ach so. Dieser Voice-Track. Schmeckt eigentlich dein Brotkippen. Wie viel Zeit haben wir noch? Ja, war lecker. Ich boxe den Runter, ja! Nein! Nein! Nein, Rocket Rumble! Rocket Rumble! Hä? Ich schwöre, ich war der Letzte! Ich schwöre, wo war der? Nein, Rocket Rumble! Ey, kann ich jetzt einfach eigentlich mit der Mod quitten oder ist das unfair? Ey, kann ich einfach mit der Mod scrollen geben? Ey, Mann, ich hab so viel Zeit, komm, ich hab den Letzten noch runtergeboxt und war trotzdem irgendwie Zweiter. Ich spiele Bombardement. Was mein Game neu starten? In Brawl Stars oder Minecraft oder... Nein, Fortnite. In Fortnite. Ja, so. In Fortnite. In Fortnite. Junge, Mann, ich hab keinen Bock mehr. Hä, ich dachte, ich spiele gerne Roblox. Ja, ich spiele... Ich spiele gerade diese... Ich spiele gerade diese Nachmache-Stumblegeist. Deswegen holst du die ganzen... die ganzen Wins. Ja, hä? Keiner hat gesagt, welche Stumblegeist wir sollen wir spielen müssen. Das stimmt. Stimmt. Ja, in Roblox kann man schneller die Wins holen, ne? Ja. Stimmt, ja. Ne, wir hätten einfach eine 0.3-version gehen können und einfach den Box spielen können. Ehrlich, Alter, wirklich, ne? Nein! Ja, ich hätt's echt nicht... Ich bin jetzt im Finale. Offenbar. Am Ende gewinnt Kevin, dann lache ich mich kaputt heute, wirklich. Wenn Kevin das gewinnen sollte, dann geh ich schlafen. Dann nehm ich nie wieder auf mit euch. Ich hab's gerade einfach Rocket Rumble. Das ist egal. Den dritten Bühne hab ich dir geholt. Sehr geil. Was ist das? Jungs, ich will nur anmerken, ich werde gewinnen. Ja. Ja? Den verlieren oder was? Äh, von hinten. Genau. Oh mein Gott! Schwer. Schwer. Ja, Sass. Lukas ist Sass. Merkt euch das. Nein, nein, nein. Ehhh! Ah! Junge, das ist nicht gut. Ey, Digga, Floorflip, starte neu. Kein Bock mehr drauf, Junge. Da ist der Win, Jungs! Easy! Mann, Junge, Mann! Ich will das nicht mehr! Ich will das nicht mehr! Ich will das nicht mehr! Ey, Jungs! Bitte, warum? Warum? Ich hab keinen Bock mehr, Mann! Okay, okay, okay! Jack, block dich! Ey, block dich! Sehr nice! Ich war erster, Mann! Ich war erster, und dann schubst der eine Typ mich zur Seite! Alter, warum? Wirklich? Ich hab echt keinen Bock mehr, ne? Ich hab keinen Bock mehr, Alter! Hattet ihr heute schon mal block dich einmal irgendwie? Naja. Hattet ihr heute schon Spaß? Alter, ich kann das Spiel verlassen! Es ist so dumm! Es ist so dumm! Digga, eben war wieder Wippe! Ich dachte so, ne, Digga, hab ich keinen Bock drauf, halt einfach Game geschlossen! Wippe! Digga, geil! Ich hab den Spaß-Modus, geil! Oh, ich glaub jetzt nicht mal in der Bot-Lobby! Nein! Ey! 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 Loll! Das ist das Geist, einfach, dass der so lange Streit auf dem Mikrofon abhakt! Junge, ey! Es ist so dumm, ne? Okay, jetzt ganz schnell! Der ist kein Bock mehr! Digga, ich will jetzt einfach ganz schnell so, irgendwie so Halbfinale, so Humble Stumpel oder irgendwas und dann Digga, Finale Laser Tracer soll mal kommen! Ich hab die ganze Zeit Bomb Bash gehabt! Digga, ich bekomme nur solche Schmutz-Maps, Schmutz-Spieler! Ich spiele auch ein bisschen Schmutz, muss ich sagen, aber trotzdem! Boah, ich wünsch dir Super-Slide! Wobei, kannst du Super-Slide? Ja doch, das geht! Dann wünsch ich dir die mit! Okay, Lost Temple Halbfinale ist okay! Ja! Ey! Das kannst du dir nicht ausdenken, gerade auf Blockdash wieder, Digga! Das ist wirklich super! Blockdash ist unmöglich mit so vielen Spielern teilweise! Nein! Blockdash ist voll geil, wirklich! Aber da darfst du nicht, ähm... Mit 16 Spielern ist es voll scheiße mit 16! Du darfst nicht die Abkürzung nehmen! Nein! Es war nicht mal eine Abkürzung! Es war eine ganz normale Wall mit Stacheln, aber ich bin nicht durchgekommen, weil alle geblockt haben die ganze Zeit schon wieder! Oh mein Gott, ich bin nicht! Ey, meine Stimme ist morgen wieder weg, ne? Das ist so nervig! Ist das öfters, oder die Bad? Oh nein, oh mein Gott! Wenn ich es jetzt nicht schaffe, mich zu callifyen, dann bin ich raus, Jungs, ja? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich werde... Wenn ich mich jetzt nicht callifyen, werde ich richtig sauer! Oh, bitte! Nein, ich bekomme Floor-Clip! Ich bekomme ihn zum Kamer! Wenn ich mich... Wenn ich mich in der ersten und nicht callifyen, dann wäre ich richtig sauer! Wenn das... Nein, nein, nein! Wenn das jetzt passiert... Oh mein Gott! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Aaaaaah! 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 Hier war grad diese Ziege drin! Diese Screaming Goat, kennt ihr die? Die schwitzen hier alle so krass, ne? Diese Screaming Goat, die war grad hier in unserem Discord Call. Kennst du die, die sind schreiende Ziege? Achso, diese von Goat Simulator? Ja genau! Die war grad hier in unserem Call, irgendwie. Kevin stinkt! Kevin stinkt! Oh, ich hab aber den besten Spawn-by-Space-Race bekommen. Ja. Patrick? Ja? Patrick? Aaaaaah! 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 Wenn ich mich jetzt wieder nicht qualify euch aufnehmen... Nein, nein, nein! Stopp, stopp, stopp! Stopp, stopp! Über Slide, bitte Jungs, jetzt Konzentration! Sag mal bitte leise jetzt, okay? Was? Patrick? Konzentration, ich spiel jetzt... Patrick, Patrick, Patrick! Oh mein Gott, ich bin zweiter! Mann! Wir müssen eigentlich in Zukunft mit so Platzierungspunkt zweiter irgendwie so... Sieben, irgendwie... Digga, ich kann das nicht mehr. Ich hab verkackt, weil ich zu viel wollte, Mann! Oh, sowas fand ich... Digga, ich... Weil ich zu viel wollte. Ja, weil ich zu krass abgekürzt habe! Pat wollte einfach zu viel. Er war ein... Ein Woller, war er. Ein Woller. Und jetzt guck ich's natürlich hin. Oh, Mann! Wirklich, ich lösche danach Stumblegeist. Nach der Aufnahme lösche ich Stumblegeist. Danke, Lukas! Ich hab dein Bock erst versprochen. Jungs, Hart, Titel für Aufnahme ist gesichert. Also, ihr könnt auf jeden Fall noch, bis der Countdown abgelaufen ist, der Runde starten, ne? Ey, 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 ey! 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 Äh? Noll, einfach Minecraft! Ja, die ganze Zeit haben einfach so Minecraft-XP-Sounds! Ich bin grad so scheiße! Ey! Noll! Da ist gerade einer in Minecraft so... ...brot oder so. Ja, ich bekomme grad ein bisschen Schaden, Alter, weil der Spiel mir so... Ich bin grad so scheiße! Ey, das könnt ihr euch grad nicht ausdenken! Hä? Du hast doch gesagt, du hast zwei Wins geholt! Das könnt ihr euch grad nicht ausdenken, was ich hier grad abziehe. Das ist... Irgendwie ist der... Helikopter! Helikopter! Nein! 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 Nein, nein, nein! Doch! 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 Lega, der Typ, der fliegt schon wieder durch die Gegend! Und ist... Der Typ... Alter, das muss man bei mir mal... Ey, dein Cutter muss bei mir mal ran zoomen auf den Typen, der hier einfach auf den Pöller gesprungen ist und durch die Gegend springt. Also fliegt. Fliegt? Das muss der mal ran... Ja, fliegt! Hey! Oh, Leute, glaube ich, willkommen ich mal an! Hu 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 hui! Digga, was sind das für Minecraft-Sounds? Digga, Lennox, hör auf damit! Patrick? Ich habe übrigens den zweiten Win, Jungs! Patrick? Nein, warum Floorflip, Digga? Gön nochmal! 2 Wins... Wo, wie hieß die hast du Pins? Sag mal bitte! Ich hab jetzt 4. Lucas? Was? Ja. Was? Ey! Hey, Mann! Du Dreckspiel, ich deinstallier dich! Mann, warum schenken die Leute das nicht mit der Wippe? Ich hab heute schon 10 Mal oder so einen Floorflip gehabt und jedes Mal bei der ersten Wippe. Die haben irgendwie den Boost auf... Die haben den Boost auf Eiserheitshöhe gestellt. Ist schon mal aufgefallen, wenn man sich auf dem Boden jetzt so boostet, man boostet sich schneller irgendwie auf Eiserheitshöhe, als es unertäuscht ist. Boah, Junge, ist das anstrengend. Ne, wirklich, Lukas. Ich mein's ernst. Ich will Schmerzensgeld. Geld stinkt! Das ist so schlimm. Boah, Digga, das ist gerade... Digga, wisst ihr, was mich am meisten abfuckt? Space Race ist die Mitte nicht richtig, aber was ist dann richtig? Ich hab keine Ahnung, Mann. Ich hab keine Ahnung. Oh, ne, ist links! Ich krieg das Kotzen, Alter! Ich krieg das Kotzen und ich bin rechts gegangen. Digga, und der Typ ist die Mitte! Junge, das ist so unfair, Mann! Ich kann nicht mehr! Junge! Ich seh schon Pat wieder in zwei Tagen mit seinem... Hier wieder im Disco mit seinem Tee, das Tee köcheln. Digga, es ist so unfair. Ich hätte auch die Mitte nehmen müssen. Hä? Jeder nimmt doch immer die Mitte, dachte ich, oder? Um safe zu gehen. Ja, aber guck mal, ich wusste, dass es nicht die Mitte ist. Und dann hab ich einfach rechts... Ja, wusste ich. Und dann... Was? Nein, stopp! Das... Nein, illegal! Das ist illegal gewesen! Das war illegal! Das... Nein, 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 stopp! Der hat mich... Ich hab... Ach, scheiß drauf! Digga... Wirklich, lass einfach danach deinstallieren, das macht keinen Bock mehr. Ich schwöre es euch... Eine Minute 50! Blockdash! Erstes Mal heute. Digga, ich hab nur Schmutzspiele gehabt im Finale, ne? Ohne Witz, gönne mir doch mal irgendwie sowas Geiles, so. Ich weiß nicht, Blockdash... Boah, Blockdash... Lava Land, wo ich alle runterboxen kann. Oh mein Gott! Ich hab Dater Tracer 16er Runde, oh mein Gott. Let's go! Aber ich find Dater Tracer 16er Runde ganz geil immer. Ja, weil hier fliegen die Spieler noch schnell raus, das ist eigentlich ganz gut. Genau, genau, ja. Alter, ich bekomme Over and Under als letzte Map jetzt. Gönn! Ich bin jetzt... Gönn! Hashtag Gönn in den Chats! Runde. Okay, und der Countdown ist abgelaufen. Mhm. Zeit ist vorbei. Und jetzt hab ich die Lava... Boah, der Rote, der ist aggressiv, Mann! Zeit ist abgelaufen. Keine neue Runde jetzt mehr starten. Der Rote, Digger, der Rote. Okay, gönn bitte ein gutes Finale jetzt auf Ehre, Mann. Komm mal, komm mal, komm mal. Oh, Lost Temple. Immerhin, Alter. Immerhin. Okay. Digger, da war, glaub ich, ein Streifenwagen draußen am Park. Hey, 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 hey! Digger, die Gesamsteinlagen auch noch am Start? Kann ich jetzt noch eine Runde starten? Nein, nein, nein. Nein. Du musst ganz kurz sagen, jetzt soll ich zingelieren. Mach das jetzt ernst? Ich bin durch, Jungs, ne? Was ist jetzt los? Ich guck mir an, wie... Ich muss ganz kurz G Dasselchenaufnahme anmachen. Das Ding ist ja so, wie wenn ich mich nicht... ich weiß sogar viele holst du mich geholt hat weil ich weiß wie viele okay jungs also wer ist noch in der runde gerade ich nicht okay dann sagen wir auf go gleich also 31 gruppen dann sagen wir die kronen die wir geschafft haben drei zwei eins go zwei drei was habe ich da gerade fünf gehört warte aber nur in meinen träumen die echte fahle ist zwei ich habe zwei ich habe auch noch zwei ich habe drei ich habe wirklich drei nein nein kevin du drei hast gehe ich jetzt offline drei ich habe drei drei kronen du hast nicht drei die ersten zehn minuten gespielt ja okay dann hat kevin verloren und kevin kauft uns allen drei den skin okay freunde da würde ich sagen also kevin danke für den skin und ich hole mir den hier auf kevins nacken und da ist er der brainy brian let's go wunderschön guck das halbe gehirn raus das was kevin fehlt ist bei brainy brian dran so ich danke jetzt schon mal für den skin der wird nämlich gekauft in 3 2 1 und kevin guck mal ich mach das sogar screenshot damit du es schon genießen kannst schon mal jetzt haben wir ganz wieder installiert um mir den skin abzuholen leute war auf jeden fall mega spannend ich muss ehrlich sein jungs ich habe erst noch so 23 minuten oder so den ersten win geholt also man mir was auf den letzten drücker und ja war auf jeden fall sehr geil leute lasst einen like da kostenlos abo wir sehen uns und ciao ciao